Insofern versucht Sam sich aus den Fäßen rauszuholen. Es gibt nur ein paar Stunden für seinen Kurs. Ja, klingt gut. Oh, oh. Ach, ich sollte natürlich auch blinzeln und atmen, ne? Habe ich aufgrund der letzten Folge schon wieder gut vergessen? Ei, ei, ei. Da knickt er erstmal ein. Ja gut, ich möchte gerne hier schnell raus. Ja, ich weiß, ich muss blinzeln, aber ich dachte, ich kann jetzt hier ganz schnell eben rauskommen. So, jetzt sieht es doch schon wieder besser aus. Ah, Fernseher ist aus, okay. Oder was heißt aus, ne? Nicht wirklich aus, aber wir haben hier keinen Empfang mehr. Oh, einatmen, ausatmen. Jetzt muss ich doch wieder die Treppen hier hoch, oder? Oh, können wir jetzt hier Floppy Roaster spielen? Floppy Roaster? Das ging ja beim letzten Mal leider nicht. Funktioniert das jetzt, wenn wir uns umdrehen? Ne, schade. Schade, schade. Dafür knicken wir nochmal komplett ein. Ja, cool. Wo müssen wir hin? Hallo? Okay, wir müssen die Treppe nach oben. Ah, das geht hier einigermaßen. Wo ist der Tod jetzt? Hängt er immer noch mit Satan rum? Es ist so verdächtig still hier. Blinzeln. Da müssen wir nicht mehr rein, da war unser Ankleidezimmer. Hat sich hier irgendwas getan? Bei den wunderschönen Bildern auch nicht unbedingt, ne? Hier können wir wieder raus. Ich sollte atmen. Right as Sam is about to go to bed. She arrives. War. War. Can you believe that idiot? He went ahead and got himself thrown in hell jail, so now I have to be both death and war. That's double shifts and no extra pay. Anyway, it says here that you were supposed to die almost 24 hours ago. Sam tries to say something along the lines of, no, no, please don't. This is no fun. This is no fun. But his lack of competence in the art of speaking manually, only results in this happening. Once again, Sam is in hell. Oh. Sollte das so sein? Ich habe ein Loch im Bau. Sollte das so sein? Ich denke mal schon, oder? Okay. Wir sind also wieder in der Hölle. Ah, wunderbar, diese Recyclingmülleimer. Bekommen wir jetzt bei dem Typen hier vorne endlich einen Job? Das finde ich ja cool. Er wollte uns ja das letzte Mal keinen geben. Guten Tag. Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find our job for you. You get to be, ooh, the son of the CEO of a huge company. You get your own office and you get to play Flappy Rooster all day. That will be all your shreds, dear son. Sam remembers that he has none left. Oh, no shreds of life? Oh, I'm terribly sorry, sir, but this means you have to go to hell jail. Guards! Have a nice day. Nice shreds, eh? Well, you can have to do the best of us, mate. Let's take you to hell jail then, shall we? Such fun. Take all your concern-related concerns up with upper management. What's your favorite movie, mate? Mine is It's a wonderful life. There you go, mate. Hope you will have a good time. Let's bring him some food. Take all concern-related concerns up with upper management. Nein. Warum? Aber wenigstens haben wir hier ein Einhorn. Oh, hallo. And there he is. Death. Yo, 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 Sam. Oh, you came to save me. Oh, you truly be a bro, bro. So, what be the plan? Oh, dude. That be hardcore. But I suppose that be the only way. I, when the guard comes back, I'll rip him in half and put you inside. You should be able to control him with your manual powers. Here he comes. What? Oh, do you like strawberry or chocolate cupcakes, mate? I brought them both just to kiss the- Oh, ha, ha, ha! Oh, yeah. It worked, bro. What? Hey, crush these bars. And then get your butt to the spot where we met for the first time. We've been getting out of here, yo. Oh, ha, ha, ha. Was? Oh, blocky. You're not being very nice, right? Haha. You're not being very nice, right? Sam violently kills the guard. He'll just be reborn as a demon anyway. Of course, Sam does that. First of all blocken. First of all blocken and then... Oh, so, das geht's. Oh, just be friends, dear, sir. Oh, he, he, he. Boah. Wie mies. Steh auf. Steh auf, steh auf. Ich bin aber echt froh. Oh, kann er nicht mehr aufstehen? Ei, ei, ei. Doch, kann er noch. Ich bin aber echt froh, muss ich sagen, dass ich jetzt währenddessen nicht atmen muss. Ah, der ist schon in Nummer härter. Wow, der blockt auch gut. Bitte. Warum blockst du so gut? Hm, geht doch. Oh, blocken. Ich bleib einfach mal hier. Ich versuche jetzt irgendwie nicht besonders weit nach vorne zu gehen. Das ist aber jetzt mal krass, oder? Das hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, vom Spiel nicht erwartet. So, aufstehen. Wir haben uns lange genug ausgeruht. Hey, gemein. Ja, komm her. Sehr gut. Schön langsam. Immer einen Schlag nach dem anderen. Wir werden alle nur Freunde, dear Sir. Hey, warum blockst du so viel? Ha, geht doch. Blocken. Kopfnuss. Kopfnuss. Können wir den nicht mit der Kopfnuss irgendwie drankriegen? Nee, funktioniert leider nicht. Blocken. Blocken, mein Lieber. Nicht das Blocken vergessen. Sehr schön, den haben wir. Kopfnuss. Oh, das war gemein. Okay, ja, ja. Soll er sich erholen. So, komm, komm her. Komm her, mein Freund. Ich laufe garantiert nicht zu dir. Das ist mir viel zu... Oh, viel zu schlässig. Aufstehen. Naja, soll er sich ja holen. Ich meine, vier, fünf Schläge, dann müsste der ja eigentlich... ...down sein. Blocken. Und ich hoffe, wir haben gleich nochmal die Chance auf eine Kopfnuss. Sehr gut. Oh, blocken. Sehr gut. Blocken. Blocken. Kopfnuss. Komm her, mein Freund. Komm her. Es geht ein bisschen... Ja, ja, es geht ein bisschen in die Finger... Aufstehen, aufstehen oder blocken. Zieh mir aus. Es geht ein kleines bisschen in die Finger. Aufstehen. Ich kann jetzt gerade nicht aufstehen, wenn er da... Möchtest du vielleicht? Dankeschön. Ey, der ist gut. Sehr gut. Wow. Okay. Los, weiter geht's. Oh, der ist schnell. Blocken. Ja, das... Sehr gut. Das war gut. Blocken. Oh. Das Blocken danach, das ist eigentlich... Steh auf, mein Lieber. Blocken danach ist das Problem. Aufstehen. Sehr gut. Blocken. Kopfnuss. Kopfnuss finde ich immer gut. So, komm her, mein Lieber. Sehr schön. Und nicht zu viel... Nicht zu viel wollen. Immer schön langsam einen Schlag. Nach dem anderen und kurz danach immer wieder hinfallen. Och komm, jetzt mach nicht wieder hier sowas... Sowas mega langes, oder? Oh. Ist ja kurz danach zurückgeschlagen. Nice, der ging gut. So, wer sonst noch? Sonst niemand mehr? Oh. Oh. Was? Der hat nicht im... Der hat nicht im Ernst... Alles klar. Der hat nicht im Ernst so ein Schwert. Steh auf. Steh auf. Da muss ich jetzt... Oh, ich komm... Oh, ich komm kaum voran. Krass. Wie weit macht er das? Mal eben gucken. Also bis zu ihm ganz nach vorne anscheinend nicht, ne? Geh mal weiter nach vorne. Ja, wenn ich hier auch... Wow. Ich kann überhaupt nicht laufen. Jetzt kann ich laufen. Wow. Alter, ich hab geblockt, ey. Wenigstens bin ich jetzt nah bei dir. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so hoch mit dir. Oh, ne. Ich werd zurück... Okay, ich muss es mir jetzt definitiv mal... Nicht ihn überhaupt angreifen. Ich kann nicht vernünftig blocken. Geh mal bitte hoch. Ich kann nicht vernünftig blocken. Ne. Er blockt nicht. Okay, blocken kann ich hier vielleicht nicht. Dann versuche ich's jetzt direkt mal mit angreifen. Weil blocken war jetzt... Gar nicht so gut. Ah! Ah, kann ich doch? Wow. Geduld. Ja, Geduld ist das richtige Wort. Das kann dauern. Gemein, dass ich immer zurückversetzt werde. Okay. Ich hab leider... Keine Chance, hab ich ein bisschen das Gefühl. Keine Chance. Hab ich ihn... Hab ich ihn... Ich hab ihn nicht mal getroffen. Okay, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Mal eben überlegen. Jetzt versetzt er mich wieder zurück. Ich fall wieder hin. Das ist mögliche. Okay, passt auf. Den ersten Schlag versuche ich jetzt zu blocken. Und dann mal weiter gucken. Er blockt nicht. Aber er hat gerade geblockt. Warum? Warum hat er gerade geblockt und jetzt nicht? Das ist schade. Warum fällt er hin? Und was passiert dann? Bin ich dann komplett tot? Oder werde ich dann ganz zurückversetzt? Oder was ist dann? Gar nichts irgendwie. Okay. Ganz normal nach hinten. Okay. Ersten. Ah. Gut. Auf jeden Fall blocken funktioniert. Wenn ich richtig drücke, funktioniert auch blocken. Problem ist jetzt, funktioniert auch schlagen. Das müssen wir jetzt noch ausfinden. Aber blocken funktioniert nicht immer. Weil es schwierig ist zu drücken. Wirklich jetzt, Leute. Aber dazu sage ich auch nochmal, was am Ende des Spiels blocken. Er blocken. Ah. Geh in den Spagat und dann hieben. Ach so. Kann ich endlich mal meinen geliebten Spagat nutzen. Das ist ja wunderbar. Ja. Aber nicht jetzt, mein Lieber. Geh in den. Wow. Okay. Hey. Krasse Sache. Wie soll ich das machen? Ja. Aufstehen. Kannst halt nichts machen. Ich kann nur... Was? Wie soll ich denn so schnell? Ah. Wahrscheinlich muss ich blocken. Okay. Ich muss wahrscheinlich erst mal den ersten Schlag blocken. Und dann... Block doch. Er blockt nicht. Obwohl ich beide Tasten drücke. Ich sage es nochmal. Hm. Ja, genau. Okay. 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 Das war ein Spagat, aber das war nicht richtig. Ich glaube, wenn ich es einmal raus habe, ist er bestimmt gar nicht so schwierig. Will ich zuerst hoffen. Hm. Oh, Leute. Ich bin ein bisschen weitergekommen. Ich habe jetzt gerade vermutlich entweder ein bisschen was verschnellert. Boah. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Boah. Entweder habe ich irgendwie ein bisschen... Ein bisschen was verschnellert. Oder vielleicht auch... Ein bisschen was gecuttet. Mist. Okay. Okay. Jetzt weiß ich es aber. Ich weiß den Flow. Das ist gut. Also ich weiß, welche Tasten ich drücken muss. Ai, ai, ai. Sehr gut. Also jetzt muss es nur noch funktionieren. Jetzt muss wirklich nur noch jede Eingabe, Tasteneingabe funktionieren. Und dann sollte es klappen. Und wir müssen das Ganze hier anscheinend ein paar Mal machen. Okay. Runter. Aufstehen. Blocken. Blocken. Oh. Gut. Das wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich es. Danke. Dann darf ich jetzt wahrscheinlich jeden einzelnen Teil des Bosskampfs irgendwie... Zehnmal machen. Blocken. Runter. Runter, habe ich gesagt. Hoch. Blocken. Oder aber von unten blocken. Blocken. Sehr gut. Sehr gut. Boah. Shit. Okay. Okay. Hat ein bisschen was gebracht. Nice. Macht er was anders? Macht er was anders? Er macht was anders. Er spuckt jetzt Feuer. Okay. Kann sich also nur noch um Stunden handeln. Er spalt Feuer. Das bedeutet, wir laufen... Spalt er die... Ah, er spalt die ganze Zeit Feuer. Okay. Ich muss aber da hin und da muss ich ein Spagat machen. Oder etwa nicht? Würde ich jetzt so spontan sagen, dass ich irgendwie... Oder wie mache ich das am besten? Kann ich es mehr? Das Feuer blocken ergibt wenig Sinn. Aber ich könnte... Ich könnte im Spagat gucken, ob ich das Feuer blocken kann. Also entweder ist es das im Spagat. Ja, du musst nur ein bisschen schneller sein. Im Spagat das Feuer blocken. Sieht aber gerade erstmal blöd aus. Ja. Ich muss zu ihm hin. Also ich muss schnell genug zu ihm hin. Das werden wir jetzt so träge wie er ist. Spagat. Sehr gut. Ja. Okay, wie muss ich das machen? Wie muss ich das machen? Aufstehen. Einfach mal runter. Ah, sehr gut. Blocken. Okay. Okay, okay. Boah, das ist der härteste Kampf, glaube ich, den ich jemals in einem Spiel gemacht habe. Runter. Runter. Mist. Ich habe zu spät runtergedrückt. Ja. Ei, ei, ei. Das ist ja krasser als ich nicht. Okay. Das ist ja krasser als ich nicht. Ich glaube, so fertig war ich nicht mal. Okay. Muss ich das Feuer auskotzen? Muss ich ihn ankotzen? Ich weiß es nicht. Okay. Ich muss allgemein einfach ein bisschen kotzen. Boah, ich war selten. Wirklich selten. So, auf 100. Nicht mal, was wollte ich gerade sagen? Habe ich es gesagt? Nicht mal bei The Evil Within. Nicht mal, als die Sache mit Joseph war. Mein wunderbarer Joseph-Ausraster. Fuck you. Nicht mal da war ich so genervt, wie ich es jetzt gerade bin. Und ich kann ja auch lachen. Und ich kann ja auch lachen. Also einigermaßen. Das ist eher das Lachen vor Verzweiflung. Aber das passt schon. Genau. Kotz dich mal schön aus. Alter, Alter. Ah, jetzt macht er wieder das. Oh, shit. Muss mal ein bisschen blinzeln zwischendurch, damit wir hier ein bisschen was zu sehen bekommen. So, weiter geht's. Oh. Was mache ich bei dem Kick? Auch wahrscheinlich einfach blocken, ne? Das ist witzig, wie der immer facepalmt. Aber wie gesagt, noch... Okay, das war zu knapp. Noch kann ich einigermaßen lachen. Nichtsdestotrotz, ey, so sauer. Was muss ich bei dem fucking Kick machen? Oh, komm, ey. Was ist das mit dem Kotzen? So, kapier ich auch. Okay, blinzeln. Ich würde mal schätzen, das sind vielleicht noch zwei Phasen, die wir hier überstehen müssen. Was muss ich denn machen? Ich kapier das leider nicht, was ich da machen muss. Wenn ich da den Spagat mache, das könnte natürlich noch sein, dass ich da den Spagat machen muss. Ich würde mal schätzen, dass ich da nicht rauskomme. Ich würde achten, dass ich da nicht rauskomme. Aber so schnell bin ich ja gar nicht. Ein Bruch! Okay. Okay. Wow, kleiner Fortschritt. Okay. Ich glaube. Was macht er jetzt? Ich sehe es ja so nicht. Was genau macht er? Okay. Gut. Das war aber jetzt ein kleiner Fortschritt. Was muss ich machen? Einfach nur gegenhalten? Kopfnuss? Okay. Aufstehen. Okay. Okay, okay. Was muss ich tun? Okay, ich halte jetzt einfach mal gegen. Und gucke, ob irgendwas passiert. Weil Pusten bringt mir jetzt nichts mehr. Er haut mich so oder so um. Okay. Was? Er haut mich so, oder? Dann in den Spagat gehen vielleicht? Ah, muss ich ihn... Pass mal auf, ich habe eine Idee. Muss ich ihn wegdrücken? Hä? Was? Was? Okay. Da knoppt er auf mich ein. Alles klar. Ich muss doch irgendwie bestimmt an das Schwert kommen. Aber nicht so. Okay. Okay. Moment, Moment, Moment. Wie habe ich das gemacht? Das hat ja vorhin einmal nicht funktioniert. Okay. Okay, ich glaube, ich muss alle Tasten drücken. Wow. Das wird, wenn es denn der Fall ist, eine unfassbare Herausforderung. Krass. 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 Wahoo! Wer sieht das? Holy feces! Hat Death nur ein Kickflip gemacht? Als Satan distrackt, Sam holt die Möglichkeit und holt Satan's sword. Wie hat er das gemacht? Ich habe nur so lange und ich kann nicht sehen, dass ich ihn nicht mehr habe. Hat er mehr oder... Remarkable. Vielleicht, wenn ich... Was die feces, Mann? Oh, sorry, Mann. Keine Offenheit, aber du warst ein bisschen ein Geist. Geh mich in ein Gott-Darn-Hell-Hospital. Oh, okay, Mann. Oh, danke für alles, Sammi. Natürlich wird du wieder leben. Ich werde dir sogar noch ein finales Geist. Sammi guckt auf den Sky und wünscht, dass die 300 Orphans zurückkommen zu Leben. Safe und sound. Nicht, dass Heaven ein schlechtes Ort sein ist. Aber das sind 300 Orphans und 300 Shreds. Ich habe mich für ein Eternat. Oh, fine. Und so, Sam wird sich für die letzte Mal zurück. Die Geschichte endet in der Mitte der letzte Woche, wo ein sort-of hoffentlicher junger Mann namens Sam wird mit seiner Freundin Wow! Du kamst auf Zeit für einmal. Okay. Sam söhnte sich mit seiner Freundin aus, reparierte seine Karre und besorgte ihr drei Geburtstagsgeschenke. Er hat sich echt verändert. Wow. Tod hat seinen ersten Kickflip bestanden und was mit Krieg angefangen. Ja, Mensch, wer hätte das gedacht? Okay. Sonst noch irgendwas? Satan zeigte sich von Tod beeindruckt. Er gab Tod und Krieg eine irre Gehaltserhöhung. 55 Prozent. Wow. Die vier apokalyptischen Reiter konnten endlich zwei Wochen bezahlten Urlaub nehmen. Na Mensch, das ist ja schön. Ihre Urlaubsvertretungen, Steuerwesen, Diensttage, Reality-TV und schlechte Fan-Fiction. Ach, wie schön. Sam Senior verdient durch die Tatsache, dass vor seinem Firmengebäude 300 weiße Kinder wieder auferstehen, eine Stange Geld. Hoffentlich spendet er was. Den von Sam geschlachteten Dämonen geht es gut. Sie sind nicht mal sauer. Ach, das ist schön. Das freut mich. Seht auch ganz witzig aus. Ja, das war's dann wohl mit Let's Play Manual Samuel. Ja. Ein relativ außergewöhnliches Spiel, möchte ich sagen. Wir fangen erstmal mit den positiven Dingen an. Es gibt fast auch nur positive Dinge. Es war unglaublich witzig. Es war echt unglaublich witzig, muss ich sagen. Toller Humor. Aber ich mochte total diese kleinen Details im Hintergrund, wenn da mal irgendwas rumstand. Oder wie beim Vater diese Brosche, wo drauf stand ein Ridge. Also witzig gemacht einfach. Ziemlich cool. Ja. Mit der Steuerung auf jeden Fall mal was Neues. Sehr innovativ, dass es das nicht bei jedem Spiel gibt. Hat mich, wie gesagt, ein bisschen an Octodad erinnert. Wobei das hier war um einiges schwieriger als Octodad. Also echt jetzt dagegen ist Octodad ja gar nichts. Ja. Negative Sachen, dass es jetzt zum Ende echt schwer wurde. Es war ja jetzt möglich, klar. Aber ich muss auch sagen, ich war gerade, also vorhin, kurz an der Grenze, knapp an der Grenze zu. Ich mache jetzt einen Rage-Bit und spiele morgen wieder. Aber ich habe es jetzt doch noch durchgezogen. Ich werde euch vermutlich nicht den ganzen Kampf gezeigt haben, was einfach daran liegt, dass ich teilweise auch mal fünf Minuten gar nichts gesagt habe, da ich mir dachte, okay, du probierst es mit Konzentration, indem du dich nur auf das Spiel konzentrierst. Also kann es gut sein, dass nicht der komplette Kampf drin ist. Ein paar Fails werdet ihr auf jeden Fall sehen. Und 57. Oh man! I made it! I made it! Dude, I was just kidding. He he he. I hate that. That's... The End. Thank God! Are you kidding me? If you had any idea how long this process took, you're sitting there just playing the game, whatever you damn well feel like it. Speedrunner? My ass! You couldn't speedrun a... I don't even know what I'd use as a... as a simile for that. Because it's stupid. Speedrunning. I don't even know what that is. That even... This isn't even my normal speaking voice. I'm an American and I'm doing a British accent in this recording studio. I don't want to do it anymore. I've had it. I don't want to talk like this. Do you know how difficult that is? I'm going home. Jory, I'm out of here. Goodbye! nämlich. Whoa! es nicht ausüßt ja, das was dann wohl. So, wo war ich gerade stehen geblieben? ja doch, dass es am Ende jetzt echt ein bisschen schwer wurde. Zeitdruck Level. Ja, ganz bestimmt spiele ich noch die Zeitrock-Level. Nee, nee, ganz ehrlich nicht. War lustig für zwischendurch, also auf jeden Fall. Jetzt gerade das Ende, das war doch, das war witzig, wirklich. Ja, für zwischendurch echt ganz nett. Aber ich kann euch nur raten, spielt es mal selbst. Ich hab mal auf YouTube geschaut, wer das sonst noch so spielt und was die Leute da so in den Kommentaren schreiben. Und es ist aufgefallen, dass bei fast allen deutschen Let's Playern zumindest, amerikanisch hab ich, glaub ich, nur bei einem reingeguckt, dass die Videos alle so echt schlecht bewertet sind. Und das war ja bei mir jetzt auch der Fall. Und da kann ich euch echt nur sagen, Leute, also anscheinend bewertet ihr ja, wie die Person das spielt. Wenn das bei allen so ist, dann, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass alle das Spiel so schlecht bewerten, sondern halt einfach dieses, oh, das dauert, jetzt kriegt ihr das nicht hin und oh, wie doof, gibst mal einen Daumen runter. Daumen runter ist ja auch an sich voll legitim. Also ich hab da nichts gegen, wenn jetzt wirklich ein Video schlecht ist, dann kann man ja Daumen runter geben, wenn's einem nicht gefällt. Aber spielt es mal selbst, also wirklich. Da zu sitzen und sich zu denken, ach ja, du musst doch nur die Knöpfe drücken. Nee, so einfach ist das gar nicht. Es hat Bock gemacht, ja. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht, aber jetzt ist es vorbei, ich bin ein bisschen froh. Und danke fürs Dabeisein. Ich glaube, einigen von euch hat es doch sehr gut gefallen. Es freut mich. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Projekt auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.